Wer morgen zum Gobe kommt, der ist selber gefühlt. Das Wichtigste am Muttertag sind schliesslich Blumen. Und auch solchen Wettbewerb gibt es nur bei Gobe. Jeden Tag ein Gewinn und jeden Monat ein Jackpot. Heute möchten wir gerne wissen, wie das typische Produkt aus dem Schwarzwald heisst. Zum Schluss ein Aktionshinweis. Bingo Premium, die portionengerechte Vollnahrung für verwönte Hunde, kostet morgen bei Gobe nur 1,30. Also, auf Wiedersehen. Und zwar morgen bei Gobe.